Achtung, er klingelt. Hallo! Losung Thermopylen! Was hat er gesagt? Thermopylen? Das war doch das Gefecht, wo die Spartaner durch Verrat... Verdammt, er ist ins Haus! Los! Ihm nach! Aufmachen! Polizei! Los, Wader! Schießen Sie das Floss in Stücke! Und nun alle mal ran! Der Klaus muss verrückt sein! Was hat er denn davon? Zwei Mann mit mir in den zweiten Stock! Einer aufs Dach! Sieh dahin! Sieh dahin! Und Sie in das Zimmer! Sie dort rein, Wader! Jedes Zimmer genau durchsucht! Alles leer, Herr Kommissar! Kommen Sie zurück, Adolf! Kommen Sie mal hier, Herr Kommissar! Eine verkoffene Tür! Na, endlich! Ich dachte schon, die hätten sich in Luft aufgelöst! Aufbrechen! Hände hoch! Leer! Aber richtig sind wir! Das besteingerichtete Fotolabor, das ich je gesehen habe! Sehen Sie sich hier um, Arnold! Ich bin gespannt, wo Sie sich versteckt halten! Hier, Herr Kommissar! Sehen Sie mal bitte! Eine Fotografie! Nachts aufgenommen! Herr Schönecke! Vielen Dank.